Live aus Wiesbaden, Schoki-Banoki Late Night. Heute mit den Lieblingsmoderatoren von Lucifer persönlich. Christian und Sascha. Hier kommt Schoki-Banoki Late Night. Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki-Banoki. Und heute haben wir wieder den 30-Sekunden-Battle hier am Start. 30 Sekunden-Battle und Buchstaben zählen. Daniel weiß Bescheid, Christian weiß Bescheid. Das sagt deine Perle auch immer zu dir. Sascha, wenn meinst du dir in den 30-Sekunden-Battle. Also, es geht los. Christian fängt an. Automobil. 9. Werkstatt. 9. Wanderhure. 10. Wanderpokal. 10. Tarantino. Nein, falsch. 11. Da! Bam! Ja, schade, Christian. Ja, ich hab gewonnen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass der Christian verliert. 30-Sekunden-Battle leider verloren, Daniel. Aber Buchstaben sind nicht so das Ding, ne? Man kann nicht alles. Man kann nicht alles. Bis zum nächsten 30-Sekunden-Battle sagen wir Cheerio, Miss Sophie. Das war Schoki-Banoki Late Night. Wir würden uns alle freuen, wenn ihr uns ein Abo dalassen würdet. Und aktiviert auch die Glocke dabei, damit ihr eine Nachricht bekommt, wenn ein frisches Video online ist. Und Daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat. Und daumen hoch nicht vergessen, wenn euch die Sendung gefallen hat.